Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu jQuery. Heute geht es endlich um Animationen. Animationen sind wirklich absolut nicht so schwer, vor allem jetzt, da ihr euch schon ein bisschen daran gewöhnt habt, wie man so Sachen in jQuery schreibt, vor allem Selektoren und so weiter, solltet ihr dafür drauf haben, aber alles kein Problem. Ich habe hier schon mal was geändert und zwar in diesem Diff, also ich habe unserem Diff im Prinzip nur eine Hintergrundfarbe gegeben, damit wir uns das Ganze mal angucken können. Ihr seht, er geht bis zum anderen Ende hier, also wirklich volle Breite. Das heißt, das werden wir nachher schon mal nicht animieren. Hübsches Aqua ist es geworden, war aber eigentlich eher zufällig, weil es bei A stand. Naja, egal. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen jeden Diff, da wir nur einen haben, ist das völlig in Ordnung, wollen wir animieren und zwar, wenn wir draufklicken, wollen wir diesen Diff animieren. So, und die Funktion, die ihr benutzen werdet dazu, nennt sich Animate. Absolut simpel und schön. Animate, Klammer, Klammer. So, und jetzt hat man sich schon, ich habe euch letztes Video schon gezeigt, wenn man mehrere Sachen machen möchte, diese geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu und dann einfach so ein Enter dazwischen, damit man es schön strukturieren kann. Und das macht man hier auch, wenn man nur eine einzige Eigenschaft animieren möchte. Gut, was wir jetzt animieren wollen, ist folgendes. Wir wollen, sagen wir mal, die Höhe animieren, also Hate. Das ist einfach die Höhe. Doppelpunkt. Warum heißt das Ding Hate, werde ich gleich drauf kommen. Und Doppelpunkt. Und dann sagen wir, was wir genau haben wollen als Ergebnis. Also zum Beispiel, wir wollen es genau 50 Pixel groß haben. 50 Pixel. Oder wir sagen, wir wollen es um 50 Pixel wachsen lassen. Also plusgleich 50 Pixel. Also das bedeutet 50 Pixel mehr als davor. Wenn ich das weglasse, bedeutet es genau 50 Pixel. Alles kein großes Problem. Können wir auch machen, wenn wir minusgleich schreiben. Also 50 Pixel weniger. Gut, und schon sind wir eigentlich fertig hier. Jetzt haben wir die Höhe animiert um 50 Pixel. Total easy, oder? Einfach, ja gut, es lädt gerade ein bisschen länger. Auflösen, keine Ahnung, was das soll. Naja, egal. Wenn wir draufklicken, seht ihr, es wächst ganz langsam, aber stetig. Und zwar um genau 50 Pixel. Wunderbar. Und das kann ich so oft triggern, wie ich das möchte. Ich kann es auch mehrmals triggern. Und dann wird es einfach hintereinander ausgeführt. Das heißt, wenn ich gleich 5 mal draufklicke, dann werden alle 5 mal ausgeführt. Aber es wird immer eins nach dem anderen gemacht. Das heißt, es wächst um 50 Pixel, dann wieder um 50 Pixel und so weiter und so fort. Man sieht so einen kleinen Verlauf. In der Mitte ist es am schnellsten am Anfang und am Ende läuft es ein bisschen langsamer. Gut, was kann ich hier animieren? Ich kann eigentlich jede einzelne CSS-Eigenschaft hier animieren. Also Background-Color, Color... Äh, nee, halt, stopp, gelogen. Farben sind eine Ausnahme. Farben kann ich nicht animieren. Ups, da braucht man ein Color Animation Plugin. Ähm, nennt sich... Ja, Color Animation Plugin kriegt ihr von jQuery.com. Da einfach mal das Plugin sozusagen runterladen und bei euch auf der Webseite hosten. Und schon seid ihr voll dabei. Dann könnt ihr auch Farben animieren. Ich kann es jetzt aktuell gerade nicht, weil ich das Ding hier nicht bei mir integriert habe. Ähm, das heißt, ich kann alles außer Farben animieren. So ziemlich alles zumindest. Und ja, wenn was nicht funktioniert, dann könnte es vielleicht daran liegen, dass es nicht animierbar ist. Eine Sache zur Schreibweise. Ähm, sagen wir mal, ihr wollt den Padding Left animieren. Ähm, Padding Left sieht so aus. Padding-Left. Kann man auch super sehen bei uns. Padding-Left, Doppelpunkt, sagen wir mal, hier sind es jetzt 0 Pixel. Das ist genau das, was wir jetzt standardmäßig hier haben. Kein Padding. Wunderbar. So, was ihr jetzt machen müsst, damit dieses Ding animiert ist, ihr müsst nicht Padding... Ups. Padding-Left animieren, sondern andere Schreibweise. Ihr macht den Bindestrich weg und schreibt dafür, weil Bindestrich ist ja in JavaScript ein Minus. Das heißt, das geht so nicht. Ich kann das nicht so schreiben, weil Padding-Left würde mir einen Fehler geben. Logischerweise, weil ich kann ja nicht irgendwie Padding von Left subtrahieren. Ähm, deswegen hat man sich dafür entschieden, wir schreiben das ganz normal, so wie es war. Nur, dass wir den Bindestrich wegmachen und den nächsten Buchstaben auf Groß setzen. Das heißt, Padding-Left. Und ihr seht es auch, bei mir wird es anders markiert. Jetzt Padding-Left wurde gefunden. Aha, also sagen wir plus gleich 50 Pixel. Wunderbar. Also kann ich jetzt hier aktualisieren und Padding-Left animieren. Zack, zack. Und es flutscht so ein bisschen weiter nach rechts und immer weiter, immer weiter. Wunderbar. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel zusätzlich noch die Höhe animieren möchte, dann mache ich hier hinten dran ein Komma und sage, ähm, Padding-Top-Doppelpunkt und dann wie viel ich haben möchte, zum Beispiel plus gleich 50 Pixel. Oder ich sage einfach direkt, ich hätte ganz gerne fest 150 Pixel oder sowas und dann kann ich es nur einmal animieren. Ich klicke drauf und ihr seht, zack, 150 Pixel hier, 50 Pixel hier. Hat beides gleich lang gedauert, aber wenn ich jetzt nochmal draufklicke, dann wird hier oben nicht mehr animiert, weil ich ja nicht plus gleich gemacht habe. Das heißt, hier ist einfach schon der Wert da. Das heißt, da muss nichts mehr animiert werden. Und jetzt rutscht einfach nur noch alles so ein bisschen nach rechts. Sieht auch schon irgendwie cooler aus. Natürlich bringt es nicht so viel. Müsst ihr dann bei euch einbauen, wie das Ganze natürlich sein soll. Ähm, was man auch noch sehr häufig animiert, sind so Sachen wie, halt Komma vergessen, Opacity. Das macht vor allem bei Bildern Sinn. Opacity bedeutet Durchsichtigkeit. Das heißt, wenn ich hier Durchsichtigkeit auf 1 stelle, dann ist das Ding komplett weg. Bei 0,5, also wenn ich das Ganze hier auf 0,5 setze, dann ist es 50% durchsichtig. Achtung, mit einem Diff bin ich gerade gar nicht sicher, ob das funktioniert. Können wir mal gucken. Ah doch, es funktioniert wunderbar. Also wir sehen, es ist 50% durchsichtig. Wenn ich hier auf 1 stelle, ist es 100% durchsichtig. Das heißt, 100% undurchsichtig, sorry. Wenn ich es auf 0 stelle, ist es 0% undurchsichtig. Also sprich 100% durchsichtig und es verschwindet einfach komplett. Also die Werte gehen hier von 0 bis 1. Andere Werte machen hier keinen Sinn. Da wird es vielleicht einen Error geben. Vielleicht wird es auch einfach gar nicht funktionieren. Je nachdem, was für eine Version ihr gerade habt. Das kann immer mal wieder geändert werden. Unterschiedlich. Okay, aber im Prinzip, Opacity wird sehr häufig animiert, würde ich mal so behaupten. Und ansonsten könnt ihr, wie gesagt, alle CSS-Eigenschaften animieren, außer Farben. Da braucht ihr ein extra Plugin. Wunderbar. Gut, dann war es von meiner Seite schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt jetzt richtig tolle Animationen machen, die jede Webseite so richtig schön machen und alles. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.